38 Quadratmeter. Hier sehen wir jetzt ein Familienzimmer. Auch schön eingerechnet. Und es gibt auch zwei verschiedene Kategorien. Diese Kategorie vom Familienzimmer ist, Sie haben das Kinderzimmer erst, dann Wandelwalle, dann Elternzimmer. Es gibt manche... Oh, das ist ungebild. Ja, das Kindeszimmer ist auf der Terrasse. Super schön. Man kann halt draußen sitzen. Die Kinder können schlafen. Man kann abends einfach noch ein bisschen sich schön gut gehen lassen. Mehr Blick haben wir alle.